Also Biber, der kriegt hier doch noch Pilze, oder? Ja, wir müssen mal über was reden. Und zwar, wir haben jetzt noch eine Stunde. Bezweifel stark, dass wir in der Stunde das Dach voll mit Juries kriegen. Ja komm, drehe wieder aus. Ja, ich drehe wieder aus. Nein, ich schätze, frühestens um zwölf ist es morgen frei. Ja, vielleicht können wir ja im Chat schreiben, so ein bisschen lecker machen. Wo siehst du denn? Morgens so viel mehr wird nicht viel bringen. Wir müssen jetzt schauen, was wir machen. Ja, wohin zurück? Ja, ich bin alle holen. So viele Turtles wie eben geht aufstellen. Ja. Da ist ein Forsch, da ist ein Forsch, da ist ein Forsch, damit der ein gleich schneller durchlauft. Hopp, Jace, nicht mehr ruhig. Ähm, was heißt ein... ...an der Möglichkeit die Base richtig zuzumachen. Also, Metall. Wer ist alles in der Nähe von der Base? Ich geh jetzt gleich farm. Wollen wir den Forschreiter töten? Der hat bestimmt Zement am besten. Weiter. Ich finde, Zement habt ihr LK und so. Ja, wir haben jetzt ein Biberdam nur gefunden. 520 haben wir jetzt. Ja, Enter hast du hier weiter. Äh, ihr zwei gehen A zurück. Okay. Sollen wir zurück oder was? Äh, ja, wir müssen Helfer Metall machen dann. Wie sieht's aus bei Zement? 520 immer noch. Nicht ihr Base. 5.000 gerade. 5.000 sind runtergebrochen. 100 Töts. Äh, 100? Ja, aber wir brauchen uns ja noch für Wender. Ja. Ja, ich sag mal ca. Und noch für eine Forge. Ja, ich vermute, dass wir noch ein, zwei Biberdamme finden. Nein, zurück. Okay, komm. Also sag ich mal, wir können Kima Daum 80 Töts gleich machen später. Wenn irgendwie, äh, Electronics ranbringt und wir noch... Äh, ich will dann wieder auf Metall holen, Enter. Hier, Biberdamketten. Ich guck, dass wir noch eine Forge hinkriegen. Ich lute. Ähm, an der Rückwand kannst du Doppeltwände machen, falls sie sich doch irgendwie hinten runterbacken. Dadurch, dass ich die Wände... Doppeltwände... schwierig. Sehr schwierig. Doch, doch, du fängst an von oben nach oben und dann kannst du noch von unten nach oben. Komm, dann hast du Doppeltwände. Ja, das geht. Zumindest beim Generator... Ähm, kann das mal E-Kön-Lieberdamme? Hab ich schon, da ist noch alles drin. Ähm, ich habe jetzt 661, äh... Hol noch den Lystro rein. Oh, okay. Aber wenn sie sich reinbaggen, dann... ...wird das verdammt viele Ressourcen auf deren Seite verbrauchen. Da oben wird ja das ganze Dach mit Chos zugeklatscht, bis sie da reingerannt sind, sind sämtliche Schilder zerbrochen. Ja, aber vielleicht denken sie, dass wir da hinten weniger verteidigen. Ja, klar. Laufen wir, Ilka? Das ist so, dass... Ich möchte sie dazu bringen, von oben anzugreifen, weil's von vorne zu stark verteidigt aussieht, dabei liegt der wahre Fokus auf oben. Ach ja, übrigens, wir haben 6000... Äh, 6500, um genau zu sein, sogar an... ...Zement. Ist gut. Klar, willst du jetzt echt außen rumlaufen? Trotzdem nett genug. Ja, ich weiß, aber... Ja, ja. Wolltest du noch anmerken? Ja, dann. Ich geh aber wieder mit dem Terrenzino, der ist schneller, hat mehr Gewicht. Da ist ne Base oben, schau mal. Von? Wo? Ja, ich guck mal. Äh, Diablo Legacy. Willst du Koordinaten aufschreiben, Captain? Ja, warte. Pass mal kurz auf. Ja. Ungefähr... Äh, es... äh, ist jetzt eigentlich noch irgendwer kurz Polymer holen, ein bisschen. Weil wir brauchen... Ich glaub, Shadow hat's versucht, oder? Ist Shadow noch da? Hat sich mit abgemacht. Shadow, bist du gemutet? Hab ich gemacht. Ja, er hat sein Mikrofon gemutet. Ah, weil der, äh, doch scheiße gestorben ist, dann glaub ich abfragt. Der hat sich raged. Ragequit. Glaub ich. Ja. Ja, okay, also ich mach mal wieder die ganze Klippe entlang oben. Ja, ich und Captain kommen gleich hier für so'n Fähchen. Kann ich dir auch Metall holen? Ihr könnt die andere Seite nehmen. Gibt's da noch ne andere Seite? Ja. Bargate, ja. Ja, ich bin... ich geh hinter der Base auf den Berg und da einmal komplett lang. Ja, Stargate-Berg ist normal ein extra Berg. Und wie viel Weight hat der, Terry? Dreieinhalbtausend. Oh, wir sind einfach da. Dann gehst du nicht alles rein. Du musst von dem Berg am besten... Also, wenn du den einen Berg gehst, den großen, ähm, nach links, was war das? Links oder rechts? Gar nicht. Den, dann hast du nun mal mehr als einen. Okay? Also, vorher musste ich auch mit dem Terry einmal zurück und ich hab um die 30.000 Metall mitgebracht. Okay, du bist so. Okay. Ich geh auf der anderen Seite. Ja, du bist auf dem Stargate-Berg. Okay. Du kannst ne andere Felsreihe. Ist noch. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin einfach... das weiß ich, dass es hier Metall gibt. Da geht Berg. Und ich nehm halt das Terry mit, weil ich hier auch die ganze Zeit noch nebenbei Rexe, Klopp und Ankylos und Skorpione. Okay. Aber es war noch kein schöner Ankylos dabei. Nur 5, 10... Ein einziges Tier hier oben gesehen. Nee, weiter hinten. 5.790 Perle. Ähm, warte. Hinterhö- Kennt ihr doch keine oder... Okay. Ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall in Ruhe keine Sammlung. Ein bisschen Öl auch dabei. Ja, umso besser, dann ist das unsere Geheimhöhle. Ja, hab ich ein bisschen. Es ist echt ein bisschen. Ich hab... Echt, da hab ich das gerade. Achso, es ist die Höhle da, wo... Soll ich gucken, ob ich einen mehr finde? Im B, ist es die Höhle da, wo man die Bait da oben drin bauen kann? Ich weiß, wir haben nur noch 400 und Gasolin geht halt zum Ende. Na, dann guck ich. Aber Perlen heimbringen sicher ist wichtiger. Ja. Zwei Rechse. Wollen wir noch Level? Ja, ich guck jetzt... Ich guck, ob ich Öl finde. Äh, einmal 45. Vergesst euch! Ich geh doch nicht ins Wasser! 15. Okay, weiter. Ähm, irgendwie Öl ist gerade so wichtig. Wir müssen gleich sowieso noch Pinguin. Da gibt's Öl. Molte, ich geh nicht ins Wasser. Und nicht? Oh, oh. Lauf, Mikroraptor. Wieso? Der Mikroraptor einfach vom Mount absteigen, bohlern, töten, aufsteigen, weiter geht's. Die sind aggressiv, ich hab Angst vor dem Mikroraptor, ganz ehrlich. Die gehen nur auf dich los, solange du auf einem Mount sitzt. Okay, jetzt fragen schon alle, ob's heute länger geht. Der Typ ist ja, äh, schlauer wie ich, 25 Uhr. Gibt's gar nicht, oder? Ja, meine Rüstung ist komplett kaputt. Ja, was ist los? Ich... Ich... Also Ölka, man hätte es dir fast abgenommen, bis du oder gesagt hast. Hä, versteh ich nicht. Ja, ich sterbe. Ich mag deine neue Fisch... Ich mag ihn nicht. Lauf einfach, lauf einfach. Hinter dir, hinter dir. Welchen neuen Fisch? Halt mir einfach. Den großen, weißen. Den kleinen. Aus Sumpfhaus. Aaaaah! Hä, die sind doch ganz lieb. Aber nett, wenn du mit nem Boot rüberfährst. Ach, das ist der Große, warum fährt der mit Butter drüber? Ja, ich hab gar nicht so gesehen. Weil schneller ist wie Raptor schwimmen. Ja, klotz net, so! Klotz net, verschwenen! Hau ab! Du dreckiges Mischtvieh! Verschwenen! Lauf! Äh, äh, äh... Cool, er hat noch der Bruder mitgebrungen! Ja, ja, ja! Wo lang? Du läufst komplett falsch, komm! Du musst dem Gehirn folgen! Der, der hat die Karte im Gehirn abgespeichert! Äh! Weil ich jetzt auch schon wieder sehe! Hinter dir! Du bist weggelaufen von mir! Hinter mir! Ja, lauf einfach den Weg zurück, den du lang gelaufen bist! Da, ich seh dich rumspringen, guck mal! Ey! Es kann ja sogar dann sein, dass wir... An... Mittwoch... ...zehn Leute sind! Warum? Weil alle jetzt raufkacken! Weil Ilka und Jason jetzt auch endlich draufkacken! Hör auf zu träumen! Wir dachten ja auch jetzt, wo es geregelt ist, könnten wir zehn sein, aber nee, was machen? Internet abkacken! Ja! Und Pole geht fett feiern! Ja! Ja, Nessos gönnt sich auch! Ja, Nessos hat ja das Internet nicht Problem, deswegen... ...versteh ich, dass er dann sagt, komm, leck mich! Oh! Ich geh saufen! Ja! Macht eh keinen Sinn! SAUFE! Er muss sich den Kummer wegsaufen! Er kann nicht spielen! Welche, wie das überhaupt ist! Welche... Wenn du spielen kannst, ist es kein Problem, nicht zu spielen! Wenn du aber nicht spielen kannst und willst, ist das schrecklich! Das da geht nicht rum! Ja, ich hab mit meinen Eltern überlegt, ob ich meinen PC verkaufe, so sauer ich euch! Also... Also... Wow! Wow! Ich hab auch kurz über Selbstmord überlegt! Holst du dir dann so einen richtig fetten PC? Oder was? Mit dem du dann auch mal spielen kannst? Was soll denn das jetzt? Mit über 8 Frames? Helf mir mal kurz, ich hab keine Stamina! Ich seh dich nicht, ich spiel weiter! Ja, du hast doch den Bionics grad gesehen, oder? Ja! Ach da! So, ich hab jetzt Standgas auf dem Raptor! Ich bin wieder auf dem Vestland und komm gedüst! Ja, Prosokus! Standgas! Ja! Stamina! Bisschen! Bisschen leer ist! Warum rasten die alle aus? Was wollen die von mir? Reitenboa! Wissen die nicht, ich bin das... In den Kopf, wo bist du? Nicht kämpfe jetzt! Einfach laufen! Ja und? Hast du meinen Chat jetzt rausgelassen wie lang es geht? Nein! Ja, der eine hat 25 Uhr geschrieben! Ich glaub, das ist mein Cousin! Oh, du wachst voll bei mir! Ah, das heißt bis Ende! Spring nochmal! Ah, okay jetzt! Ne, das war überhaupt kein Atmen! Ja! Also er hat geschrieben bis 25 oder nicht! Sie können halt wirklich mal lange durchziehen! Sehr geil, weil die wollen ja richtig große Weights haben! Und umso länger die heute machen, umso größer werden die Weights werden! Ja, das kann aber auch nicht! Ilka, hier einfach geradeaus durch! Ja, das wird halt... Und wir müssen auch Polen die Chance geben, wiederzukommen! Ja! Ich brauch mal endlich wieder ein Spiel, wo ich bis 24 Uhr auf 28 Uhr zocken kann! Ich würd' sagen, sobald's die Fälle gibt, sollten wir uns darauf gefasst machen! Ähm, Level, ich gucke! Molte macht sich bereit! 15! Wendlich weiblich! Weiblich! Nein! Nein! Oh shit! Ey! Ey! Den hat Chris schon mal gesehen! Ja, ist der grün? Ah ne, warte, da war ein Walddinocchio zwischen! Ey, was ist... Ihr habt euren auch im Sumpf gesehen gehabt, oder? Ja! Ja, was für ein fetter Spawn ist denn im Sumpf? Ja, ich lauf grad neben dem Giga vorbei! Denn Sumpf sind immer 300 Gigas! Ist der Ernst? Ja, ja! Du darfst keine Angst zeigen vor dem! Mhm! Dann beißt er erst! Der Terrorbird kann ich zu Polymerfarm nehmen! Ah, Terrorbird! Shadow ist wieder da! Ähm, der, der Terrorbird heißt! Shadow, warte kurz, ich komm mit! Okay! Äh, Ilka, wo bist du gerade? Jetzt ist Ripp mit dem Giga vorbei gelaufen und lauf dazu! Äh, ihr könnt gucken! Auf der Pinguininsel 1 ist meistens mehr los! Ich geh auch am hochlaufen! Während das Pinguininsel 2 Stargate an! Nee! Das! Also als ich da war, war, weil Pinguin 2 waren da... Läufst du durch den Wald oder durch die Flachsteilfläche? Ich lauf grad hoch, hoch! Das hoch heißt, ähm, Richtung unsere Base sozusagen, den Berg hoch! Ja! Auf der anderen Seite geht ja wieder runter! Genau! Ja, da bin ich grad! Du bist schon unten, Tüch, Alter! Was schon mit dir was? Aber... Ich bin dann auf dem Weg nach unten! Ja, ich auch! Wir, wir werden uns schon treffen! Da ist das Wasser! Oh, du, du bist viel schneller als ich! Ja, dein Raptor ist auch! Irgendwie bist du in Wels? Dein Raptor ist fehler! Ich bin unhofte freier Flasch! Ich muss noch Perle abgeben! Spiiiim! Weilen wir ans Rocket Launcher mit ihm! Ich hab Rocket Launcher in den Steck! Ich bin mein Spino, den wir gesehen haben! Ich hab immer einen Rocket Launcher mit dem Steck! Weiß nicht, wo der ist? Langsam kann man sich das auch leisten! Ilka? Ja, was ist bitte? Weiß nicht, wo der Spino war? Da bin ich grad! Mach da, Anna! Ich hab vier Schuss! Ich hab mich voll verlaufen, glaub ich! Das ist doch nicht gut! Ihr könnt ja ruhig Rocket Launcher mitnehmen, halt einfach nicht allzu viel Money! Sag mal, mehr als fünf, sechs Schuss werdet ihr nicht auf einer Reise durchschießen! Ilka, du bist aus der Map ein großes Wasser! Ne, ich meine jetzt für Leute, die sich ein machen! Ein Großwasser im Land! Ja, ja, warte! Das dann ins Meer rein mündet! Ja, ja! Hat da irgendwer einen zweiten Fabri gemacht für Pärlen, damit das schneller durchläuft? Ja, ja, ja! Hat da irgendwer einen zweiten Fabri gemacht für Pärlen, damit das schneller durchläuft? Ähm, Ente, haben wir zufälligerweise schon zwei Turrets? Einmal links und Ente! Ente, Ente, Fuchs! Hm, ich würd sagen, wir kraften gleich einmal Großturret! Wer geht? Hm? Wir haben jetzt 661 Zementinpasta, 55 Blumen, 17 Pilser und 21 Perlen! Komm zurück, bevor es weg ist! Ja, ich war gerade auf Ilka, ich... Wir haben verloren! Du bist die Ware! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss! Da war gerade noch Wohlerste, bin ich vielleicht! Was soll das Problem? Ja, warte ich! Shit, älter! Du siehst aber das, wo das im Meer einmindet, der Fluss! Ja, ja, ich bin auch bei so nem Fluss! Der runterfließt, oder? Ich war da wenigstens mit dem Terrorbird, aber der ist gar nicht fertig! Wo genau bist du da? Eher weiter oben oder eher weiter unten? Ich lauf grad weiter runter! Bist du ein Terrorbird? Ne, ich bin Raptor! Ja, aber... Nimm da, Fallschirme mit! Bist du mehr aufbauen dich? Ah, ich seh, ich seh, ich seh... Kingdom hat so Tore hier aufgebaut! Oh, oh! Tame! Seh ich nicht! Channel, komm, wir switche wieder! Shit! User joined your Channel! Auf ein neues! So, Infion zieh dir alles runter, nenn ich, dass du genauso wie ich auf der Insel time-out hast! Ähm, warte mal! Ähm, richter gleich der Rocket-Law! Hab ich! Ja doch, klar! Was werde runter fliehen? Äh... Okay, es wird 24! Wir alle sofort spammen, ey! Ich spamme echt gar nicht! Ich... Ich... Ist mir egal! Hast du Ente grad gesehen? Ja, ja! So ganz kurz, ey! Also das hat jetzt bestimmt für jeder zweimal geschrieben! Shadow! So, vorbereite! Hashtag Toreutermittil! Ich bin Kai! Wann? Fertig! Ähm, so! Drei, zwei, eins, Feuer! Ja! Du sa... Autsch! Ich bin da! Wo? Hin am Sage! Ach, toll! Ich hab' ich gar nicht gesehen! Du hast von mir gar nicht gerendert! Und das, obwohl du das schnellere Tier hast! Lass mich zuerst durch du erstand, bin! Ja! Bin durch! Was hast du A gewählt? In Minute 1! Ah, okay! Alles klar! Gut, komm! Kannst du dich bewegen? Nein! Gib Bescheid! Ah! Hier! 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 Okay, ich kann mich verwegen! Hat Rocket Land! Er hat ihn da nicht draußen, oder? Doch, er hat nur kurz rausgehört! Okay! Wo ist denn? Oh! 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 Ich hab' ihn ausgefasst, oder? Aber ich habe schon fast in meinen eigenen Launcher rein gerannt! der suche ein bisschen mit der bohle ja ja hab ihn gewenkt aber er hat Rocky draußen er ist komplett nackt dann weg er hat mal der Raptor umge- ja hab ich gesehen Knorrebruch ach du hast auch noch mit dem Bär ach du hast auch noch mit dem Bär MEINE Fresse das ist Wahnsinn was du abge- wieder ge- User joined your channel ja Simpi bist du gestorben alter er ist disconnect der Typ wo mich umgebrungen hat echt soll ich hin ja grad disconnect ich bin auch gedisconnect die waren aber zu zweit okay die werden da von zwei Terricerinos angegriffen ja dann wird er geschnetzelt grad ja 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 ey stehen die Terric aufm Haufen fast halbklar schieß rin schieß rin heute packst du bei mir noch einen noch die Zeitkatern für mein Loot ja die Sache ist halt die kämpfen grad bei deinem Loot shadow oder geh'n bisschen weg versuch'n paar Pinguine abzufahren oder es da geht zu aktivieren weg ich hol mir kurz ein Wasser ich geh'n jetzt ja dann brauche ich gleich auch noch statt dann kann ich noch wieder was beiladen ich kann auch abladen und zurückkommen da muss neue Spitzhacken mit rein ach so hm aber dann komm auch zurück wir können ja dann gleich nochmal gehen ja ich schau noch wird Spitzhack kaputt ich geh halt mit dem Terrenzino und dann pack ich das auch alleine eins geht halt versuchen mal irgendwie tausend oder zweitausend Provin mehr hm der Raketenwerfer ist weg ah fuck oh deine Loomneck noch der ist so dumm sie waren jetzt auf der Insel hier haben alles weggeschnetzet und sind wieder weggegangen mp hast du ne Rakete bekommen und bist direkt gestorben oder was? nein weißt du nicht direkt Shadow hat dem Annie getrickt ich hab Annie hier geballert aber der kann auch rennen und ich bin nämlich wegkommen ja die haben Blueprints für Rüstung das glaube ich nein geht nicht ach so Drops sind aus weiß ich ja der hat dann viel Leben ja der hat dann viel Leben ich müsste ich mir mal einen Chat schreiben Alter wie viel Leben hast du? nee nicht Flame oh Shadow du lebst oh Shadow du lebst ja der hat aber auch diese komischen Smileys ist das eigentlich der Tribe von Sassoon ja ich glaube ah die kriegen nicht gebacken nein die haben auch schon bei der ersten Endstation rum geflamen so wer da also dieser dieser ähm oh der Smiley ist Leon ja der Smiley ist Leon das weiß ich so der die ganze Zeit schreibt ey warum nennt der sich nicht Leon und äh nennt sich Black Heaven was? alter der Smiley bei Kevin ja der Smiley das ist Leon das ist Leon ey welcher ist Achso ja mein ich ja hab ich jetzt aus mit Wenden Digga achso ja ist Molto du Retsch mit dem Wurz 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 ع